So, grüßt euch Leute, da bin ich wieder und jetzt muss ich mal sagen danke, dass ihr meine Videos gut anschaut, gut bewertet keine negative, aber das Problem muss ich noch ab ich würde mich echt freuen wenn ihr mich abonniert dann kann ich mehr machen, dann kann ich euch mehr zeigen es wird natürlich mehr kommen natürlich von mir dann kommt jede Woche ein Video auf hier, ein witziges Video bitte Leute, abonniert mich, es ist wirklich wichtig jede Stimme zählt und ja, wir brauchen Scheiße